Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914 hier aus dem Team-Szenario. Ja, wir haben jetzt ja den Krieg gegen Deutschland, haben hier auch schon einen guten Teil Truppen vernichtet, haben nebenbei Hamburg eingenommen und bauen natürlich sofern Material und alles da ist aus. Hier, das sieht ja, da gibt es momentan nichts, sind ja alle sehr geizig, rücken nichts raus, die Hunde. Und von daher schauen wir mal, wie es da weitergeht. Hier hinten Polen, wird momentan hier von Russland angegriffen, dürfte sich dann auch entsprechend bald erledigt haben. Lublin ist schon runtergeschossen und der Rest der Flucht dann voll. In Italien gegen Österreich sieht es auch nicht groß anders aus. Österreich hat hier sehr viele Verluste bekommen. Italien ist hier auch entsprechend am Vormarsch und nimmt hier auch das eine oder andere Provinzlein ein und kann sich dann natürlich auch entsprechend behaupten. Ansonsten bleibt uns nicht viel übrig, außer ein Blick in die Zeitung. Schweden 12 gegen Deutsches Reich 78. Dann haben wir noch Polen 36 gegen Russland mit 8. Ja, so schaut es momentan aus. Das ist der Stand der Dinge, der Armeen und so läuft es momentan. Wir könnten jetzt ja noch wild und hemmungslos Kasernen bauen. Ja, kann man machen, aber wofür jetzt noch? So viele potenziell gefährliche Gegner sind ja nicht mehr da. Im Gegenteil, ich möchte das Material zum Teil lieber anderweitig nutzen. Und von daher schauen wir morgen wieder rein. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye.